Wird jetzt Zeit, dass ich das wechsle? Die Batterien, die da dabei waren, das auch nicht. Oh, jetzt habe ich den ganzen Drogen rausgerissen. Na, okay. Na, okay. Na, okay. Na, okay. Na, okay. Jetzt habe ich wenigstens eine Ausrede. Damit sage ich ihn da. Nein, nein. Das schaut doch wirklich kaum. Nein, das ist ja genial. Na, nein. Ich muss die Batterien abnehmen. Ich muss es dort abnehmen. Danke, Nata. Oh Gott. Aber so wirklich im Rasch bin ich auch nicht gekommen, weil ich geplant habe, dass wir jetzt Dekolleté verrufen können. Ja, nein. Ich glaube, wir müssen abbrechen. Okay. Oder spüren wir es an dem Lack? Ich spüren wir es an dem Lack. Ja, warte mal. Die sind geliefert, die sonst noch nicht. Da braucht ihr Wertzeit. Okay. Jetzt spüren wir zu. Tragen wir dich auch noch hoch? Ja. Hallo. Hat doch ja noch so. Den anderen kann man nicht schön toll dran. Nein, nein. Was ist das? Was ist das? Nein, nein, nein. Das ist ja wurscht. Ich tue das Mikroflamme vorweg. Ich glaube, das ist von der technischen Zeit noch relativ das Umflugste. Das ist für mich immer noch sehr. Das ist schön. Ich decisione. Vielen Dank.